Schwache Luftdruckgegensätze bestimmen das Wetter in den kommenden Tagen, wobei wir immer wieder mal dichter dran sind an den Tiefdruckgebieten, dann wieder ein bisschen weiter weg, sodass Sonne und Wolken sich abwechseln und mäßig milde Luftmassen das Wetter bei uns bestimmen. Inzwischen sind schon 16 Stunden Sonnenschein möglich. Davon werden wir heute immerhin acht bekommen. Das bedeutet, die Hälfte des Tages ist die Sonne präsent, an der anderen Hälfte sind es eher die Wolken. Jetzt beginnen wir erst einmal mit dem Sonnenschein. Es ist ausgesprochen freundlich an diesem Morgen. Es bleibt auch heute Vormittag freundlich. Viel, viel Sonnenschein, das lässt die Temperaturen auf milde 17 Grad ansteigen. Heute Nachmittag werden die Wolken dann ein bisschen dichter. Es sind hohe Wolken, auch ein paar mittlere Wolken dabei. Und die Temperaturen gehen bis zum Abend auf 15 Grad zurück. Es bleibt dann allerdings trocken den Tag über, nur dass die Wolken eben heute Nachmittag insgesamt ein bisschen häufiger als heute Vormittag am Hamburger Himmel vertreten sind. Morgen dann ein Tag, der uns dichtere Wolken bringt, vor allen Dingen am Nachmittag, aber auch viel Sonnenschein. Sieben Stunden Sonne, das ist also auch ein freundlicher Tag mit Werten um 16 Grad. Und es wird noch schöner am Mittwoch. Elf von 16 Stunden Sonnenschein und da kratzen wir so ganz knapp an der 20 Grad Marke. Es wird dann etwas weniger mild sein an den Folgetagen, aber auch 18 Grad sind ja ausgesprochen angenehme Temperaturen. Für diese Jahreszeit am Donnerstag und Freitag meistens freundlich, nur selten Regenschauer bei immerhin 6 Stunden Sonnenschein.